Glaub ich. Oder? Ah, hier kann ich meinen Mana auffüllen. Okay. Oh, jetzt hat es gerade ein bisschen gerüttelt. Ich wusste, es war klug nochmal hier alles abzugrasen. Ich wusste, es war eine schlaue Idee. Ah, ich bin komplettes Level aufgestiegen. Geil. So. So, äh, Verteidigung und natürlich Geschicklichkeit. Was habe ich bekommen? Das kann ich nicht tun. Ja, Rundschild und so ein Kram brauche ich nicht. Das kann erst mal zu meiner Nachthara. Ich weiß nicht, warum sich das so etabliert hat. Das heißt ja eigentlich Nachthara. Aber ich nehme es halt, ich schreibe, ähm, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich es eher, äh, mit H schreibe. Also nicht schreibe, sondern ausspreche. Ich weiß nicht, Nachthara. Das ist halt das Problem mit der Kindheit, weißt du? Wenn sich etwas in die Kindheit einprägt, dann ist es so ultraschwierig, ähm, es wieder rauszunehmen. Äh, für mich war es auch sehr, sehr schwierig, einfach weil ich halt als Kind beigebracht habe, auch beigebracht bekommen habe teilweise. Das ist das Wort, einzigste gibt es aber nicht. Das machen so, 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 so viele Leute falsch. Ich habe nicht genug Mann. Und ja, ich habe es halt auch. Einzigste habe ich früher sehr, sehr oft gesagt. Und, ah, Zauberspruch, was ist das? Heilt den Zaubernden und all seine Ver... Oh, das ist super. Ähm, mache ich mal. Okay. Oh, hier in Heal ist super. Ist wirklich super. Das war eine Falle, macht aber nichts. Oh, hier in Heal ist super. Jo, wie gesagt, habe ich sehr, sehr schwierig, ähm, mir zurückbeibringen müssen. Mana nicht ausreichend. Ja, dann trink mal was und heil. Ich habe nicht genug Mana. Oh, Heilung frisst sehr, sehr viel. Ähm, dementsprechend, um nochmal zurück auf den Punkt zu kommen, hat sich jetzt wieder entabliert, dass ich Einzige, nicht Einzigste sage. Ähm, einfach weil ich einen Kuppel hatte, der sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, das hat mich so abgefuckt, dass der mich immer wieder korrigiert hat. Und dann habe ich es halt einfach irgendwann übernommen, einfach nur, um zu zeigen, dass er mich nicht immer korrigieren muss. Einfach nur, um es einem Buddy zu zeigen. Jawohl, das war doch super. Ich habe nicht genug Mana. Ja, das ist auch super, wunderbar. Gibt es hier noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ne, aber ich habe Ruhm erhalten. Rang, ja, das mache ich hier weiter, weißt du was? Komm, drauf geschissen. Das war Hammer. Und wenn ich das aufgelevelt habe, habe ich es aufgelevelt. Ich habe jetzt nur keine Ahnung gehabt, wie viel diese großen... Ja, also wie gesagt, wenn du große Viecher und Bosse besiegst, kriegst du halt Ruhm. Na, ist ja klar, macht Sinn. Weil du halt etwas Besonderes vollbracht hast, ne. Und wenn du halt... Das ist eigentlich ganz cool, finde ich super, dass man mehr... Dass man nicht unbedingt alles halt klatschen muss. Versunken Ruin-Ebene 1. Ich will da jetzt nicht so weit gehen. Ich dachte, das wäre wirklich nur was Kurzes oder so, aber... Das ist ja richtig übel. Die habe ich. Attribut auf Stärke. Nee, brauche ich nicht. Das haben wir hier. Oh, plus 19 Giftschaden. Das haue ich runter. Plus 19 Giftschaden. Ja, mehr Erfahrung. Eisresistenz. Treppe erhöht Giftschaden um 3%. Dann kommt das nämlich rüber. Das werde ich dann zerstören, dass ich den Glutstein hier rauskriege. Elektrizität interessiert mich nicht. Gesundheit ist okay. Giftschaden, ja. Eisschaden brauche ich auch nicht. Aber hier... Sage mal, wie lange geht das denn? Bin ich noch am Aufnehmen? Ja, ne. Schon seit 2 Stunden. Ist das okay. Ja, 2 Stunden Aufnahme ist soweit in Ordnung. Ähm... Ähm... Oha. Na, na, nicht aus. Ah, 500 Ruhm. Hallo, ich habe auf dich gezielt, mein Lieber. Und nochmal. Ruhm kriegst du hier gar nicht mal schlecht. Ist ja gut, Mädchen. Das musst du mir nicht immer sagen. Aber ich glaube, das kann man nicht wirklich ausschalten. Ist kein Problem. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Charaktere nicht stumm sind. Muss hätte ich überall so sein. Ja, es lief sehr, sehr gut. Ich habe viele Stingspunkte. So, das, was ich nicht brauche, kann weg. Feuerresistenz, Eiseresistenz plus 6 Mana, erhöht Feuerschaden um 3%. Ich bleibe aber bei den Giftschaden. Was haben wir hier? Giftresistenz. Ich bin überlastet. Entschuldigung. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. So, und die können weg. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Heilungsdränge. Die können auch weg. Zaubertempo. Ja, aber brauche ich jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Erhört Feuerschaden um 3%, 2% Bonus auf... Okay, was haben wir hier? Plus 5 Mana. Erhört ihr den körperlichen Elementarschaden? Das ist super. Behalte ich erst mal. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Schnelle Untoter. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Zu den unpassendsten Momenten. Oha. Hier ist aber echt die Kacke am Dampfen, Leute. Ich werde trotzdem mal... Ich weiß nicht, ob ich die wirklich verkaufen will. Aber eigentlich brauche ich die nicht. Sag ich ganz ehrlich. Weil ich genug Mana habe. Weil ich kann mich ja heilen zur Not. Hier geht es richtig ab. Freue ich mich. Muss gehen hier ab. Okay, der mache ich keinen Schaden. Das ist schon fast fertig. Das ist wunderbar. Da will ich meinen... Bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich dann gerne meinen Inventar nochmal sortieren. Ah. Das kann rüber. Fokus. Das kann auch rüber. Das kann auch rüber. 80 Schaden. Plus 6 Schaden. Trotzdem weg. So leid es mir tut. Warte mal. Was hat denn meine... Meine Kopfbedeckung? Seltenhelm. Normaler Helm. Normaler Helm. So, den behalte ich mal. Den kann ich jetzt endlich anziehen. Dann kann das weg. 6 Rüstung. Okay. Plus 31 Gesundheit. Was haben wir hier? Plus 2 Rüstung gegen. Ja. Irgendwann muss ich auch mal hier ein bisschen mehr Rüstung kriegen. Erhöht jeden Giftschaden um 3%. Okay. Und Attribut auf Stärke. Was haben wir hier? 3 Rüstung gegen. 4 auf 3. Das bleibt mal so. Elektrizitätsschaden. Aber auch nur 4. Feuerresistenz bleibt. Wunderbar. Super. Greifst du mich von da oben aus an? Ich glaube, es geht los. So haben wir nicht gewettet. Ah ne, das sind die Pfeile. Ich verstehe. Ist ja kein Problem. Mein Ruhm müsste doch auch bald wieder steigen. Ja, noch ein bisschen Ruhm und dann passt das schon. Das ist gar nicht mal schlecht. Ähm. Okay, was haben wir hier? 60 Schaden. Ne, das kann dann weg. Das behalte ich mal. Das behalte ich auch mal. Ich glaube, ich werde mir wirklich 15 Identifizierungsrollen holen. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich gut weit gekommen. Mit den Identifizierungsschriftrollen. Okay, das ist ein Portal. Das bedeutet, wir haben diese besonderen Ruinen hinter uns gemacht, hinter uns geschlossen. Was durchaus super ist. Hat sich im Übrigen auch gelohnt. Also doch, muss man sagen. Wir sind Stufe 9. Immer noch. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, was das angeht. Warum hast du was gegen meine, gegen mein Kätzchen? Äh, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das Glück ist Ihnen Holt. Eisschaden. Ist nicht so super. Warte mal, der Bogen hat nur 60. Okay. Jawoll, super. Gift ist immer super. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich jetzt... Nein, wollte ich doch gar nicht. So, die Edelsteine habe ich. Es wäre ganz gut, wenn ich vielleicht die Sachen kombinieren könnte. Weißt du, was ich meine? Also, ja, doch. Du guckst es ja nicht in der Gruppe. Ähm, weißt du, was ich meine so, dass ich vielleicht hier diese drei, ähm, Sachen umwandeln könnte. Ich probiere es mal. Oh, plus neun Giftschaden. Oh, super. Okay, bis zu einem gewissen Grad geht das. Wunderbar. Dann behalte ich nämlich die Glutsteine alle mal ein bisschen. Ähm, Rüstung, zwei Bonus. Ja, das ist eigentlich super. Die Frage ist nur, wo will ich die... Oder wo kann ich die aktivieren? Kann ich ja gar nicht. Ich habe keine Sachen. Schade eigentlich. Was ich machen könnte, ist natürlich, meinen Bogen gegen den auszutauschen. Was kann ich für Sie tun? Die hat schöne Sachen. Bonus auf Geschicklichkeit. Warum eigentlich nicht? Kette habe ich noch keine. Wunderbar. So, und dann wollte ich auf jeden Fall nochmal hier beim gemischtwaren Händler vorbei. So, 15 hätte ich gerne für die Reise im Inventar. Drei werde ich jetzt sowieso gebrauchen. Oh, Leonis Volltrefferpistole. 128 Schaden die Sekunde. Ja, geil. Ähm, neun Giftschaden. Jawohl, so muss das sein. Leonis Set-Zusammenstellung. Ähm, zwei Teile, vier Prozent schnellerer Angriff. Drei Teile, vier Prozent schnellerer Angriff. Plus zwei Chancen auf kritisch... Oh, super. Plus vier Chancen auf kritisch Treffer. 20 Prozent Bonus auf kritischen Schaden. Hält jeden Eisschaden um 10 Prozent. Acht Prozent Bonus auf Fernkampfschaden. Fünf Prozent schnellere Bewegung und neun Giftschaden. Das war super. Was haben wir hier? Sieben Rüstungen plus drei Mana. Ja, was haben wir hier? 28 Gesundheit. Jawohl. So. Was kommt hier rüber? Ups, Entschuldigung. Achso, hier unten ist das Begleiterinventar. Okay, das kann weg. Kann alles weg. Wunderbar. Der hat nur den Kran, den ich ihm gegeben habe. Okay, super. Trotzdem würde ich es gerne mal... Kann ich mal was probieren? Das Glück ist Ihnen holz. Oh, stellt neue Sockel her. Oh, wie cool ist das denn? Blöken ist das denn?